Man hat einfach so eine Sehnsucht in sich. Und das Leben geht weiter, als wäre man nie dabei gewesen. Denn Lieben bereitet mehr Glück, als geliebt zu werden. Also, Lieben! Man ist und bleibt allein. Du sollst nicht immer so rumbohren. Du sollst nicht nicht immer beißen. Also, jetzt möchte ich mal in deinen Kopf hineinsehen können. Ich bitte dich, werde vernünftig. Ich würde dir so passen. Das hat doch mit Kunst nichts zu tun. Das sind halt alles so Naturgesetze. Das glaub ich. Und Schicksal. Der Mensch denkt. Und Gott! Längst! Sagt's schon! Aber! Bei einem Fall sieht man doch in erster Linie auf das Innere. Mensch! Ohne Ziel ist kein Mensch. Die Sterne! Die werden noch drüben hängen, wenn wir drüben liegen. Du entgehst mir nicht. Das Weib, das ist ein Rätsel, lieber Larislaus. Den Gott liebt, den prüft er. Den straft er, den züchtigt er. Wir verstehen uns alle nicht mehr, liebe Frau Valerie. Oft verstehen wir uns schon selber nicht mehr. Alles wieder besser. 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 Kann denn bei all dem etwas Gutes herauskommen? Nie und nimmer. die